Damit du in Far Cry 6 die Trophäe bzw. den Erfolg Harte Schale ganz leicht freischalten kannst, musst du einfach nur mit einem EMP einem Panzer ausschalten und diesen anschließend hijacken. Dafür brauchst du spezielle Ausrüstung, die wiederum erhältst du über Juan einmal am Libertad Hauptquartier hier auf der kleinen Insel. Dort reist du jetzt zunächst erstmal hin. Im Vorfeld solltest du allerdings ein bisschen abgereichertes Uran mit dir rumtragen, weil wir zum Beispiel für den Supremo, den wir hier gleich kaufen werden oder aber für die Impro-Waffe einfach ein bisschen abgereichertes Uran brauchen, um diesen Waffen oder diesen Supremo einmal zu erhalten. Wie gesagt, wir gehen jetzt einmal hin. Ich zeige dir jetzt einmal den Supremo, den du auf jeden Fall dafür einsetzen kannst. Du musst es nicht unbedingt damit machen, aber das ist eine Möglichkeit, um an die Trophy zu kommen. Und zwar ist das einmal der Supremo Volta und hier siehst du auch in der Beschreibung, der hat diesen EMP-Impuls. Mit dem kannst du das auf jeden Fall machen oder aber du nimmst dir einmal die Impro-Waffe Zeusito. Mit der Waffe kannst du das genauso gut machen und wenn du natürlich möchtest, kannst du dich auch gleich mit beidem ausstatten, weil wenn du zum Beispiel den Supremo ja einmal eingesetzt hast, dann ist er nicht direkt wieder verfügbar. Das bedeutet also, da solltest du vielleicht auch einfach auf Nummer sicher gehen, statte dich mit beidem aus, sofern das möglich ist, sofern du genug abgereichertes Uran hast und dann sollte das auf jeden Fall klappen. Als nächstes brauchen wir natürlich auch noch einen Spot, an dem wir immer mal wieder Panzer antreffen können. Und da bietet sich hier einmal zum Beispiel der FND-Panzerübungsplatz an oder gegenüberliegend einmal dieser Luftstützpunkt. Dort habe ich bei beiden Punkten schon gesehen, dass es mal den einen oder anderen Panzer geben kann. Ich hatte in dem Fall jetzt, wo ich die Trophy geholt habe, nicht das Glück. Allerdings auf der Verbindungsstraße zwischen dem Übungsplatz und zwischen dem Luftstützpunkt, da fährt auch immer wieder ein Panzer lang und hier siehst du einmal, da hatte ich das Glück, dass hier auch wirklich einer erschienen ist. Wie gesagt, ansonsten fahr einfach diese Straße hoch oder runter und dann sollte da auf jeden Fall auch irgendwann mal ein Panzer bei dir erscheinen. Als nächstes war es jetzt wichtig, uns einmal mit der Zolzito-Impfrowaffe hier auszustatten und dann entsprechend nochmal auf den Panzer zu schießen. Du siehst jetzt hier, der Impuls der Waffe hält nicht wirklich lange an, deshalb habe ich dann als nächstes nochmal drauf geschossen, um dir auch einfach zu demonstrieren, dass du zum Beispiel mit der Zolzito natürlich immer mal wieder dann auch auf den Panzer schießen kannst. Oder aber du setzt einmal den Supremo Volta ein mit L1 und R1 auf der Playstation und dann bleibt der Panzer auf jeden Fall auch stehen. Als nächstes musst du nur einmal auf den Panzer draufklettern, drückst dann hier oben nochmal R3 auf der Playstation, um hier den Panzer einmal zu hijacken, setzt dich rein und anschließend sollte die Trophy erscheinen. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich dir weiterhelfen und teilst du weitere Guides hoch. Schau gerne mal hier in der Playlist vorbei. Bis zum nächsten Mal.